Musik Wenn man sich hier umschaut, sieht man, wie herrlich unsere Städte und Dörfer sind. Musik Wir wollen ein lebenswertes Sachsen und wir sind dafür zuständig, dass das auch in den kommenden Jahrzehnten und darüber hinaus gilt. Musik Ich freue mich über diese vielen Begegnungen mit den Menschen im Land, weil da so viel Begeisterung und so viel Wissen vorhanden ist. Und ich finde, wir sollten als Staatsregierung darauf hören, was Bürgermeister, was engagierte Menschen uns im Land sagen und unsere Politik genau danach ausrichten. Es ist nicht so, dass eine Regierung oder ein Ministerpräsident immer weiß, wo es richtig ist und was in der Zukunft kommt. Wir müssen auf die Kraft der Regionen und der Menschen vertrauen. Musik Das Wichtigste ist, dass wir miteinander im Gespräch sind und uns zuhören, dass wir uns ernst nehmen und wir als Regierung die Themen der Menschen aufnehmen und auch uns darum kümmern, die Probleme, die genannt werden, zu lösen. Die Sachsen sind unglaublich neugierig. Sie interessieren sich für das, was passiert. Und wir als Regierung wollen diesem Land eine gute Zukunft geben. Das heißt, ganz nah dran sein an dem, was die Menschen im Land bewegt. Wir brauchen Zukunftsprojekte. Wo kommen die Arbeitsplätze der Zukunft her? Wie können wir sie durch Innovationen, durch Investitionen in Straßen, in Breitband auch ermöglichen? Und das sind alles die Dinge, über die wir sprechen. Aber natürlich auch, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Dass man sich miteinander engagiert, dass die Älteren, dass diejenigen, die Kinder haben, ein Umfeld haben, in dem man gut leben kann. Wir dürfen nie vergessen, dass das, was wir auch als Staat an Steuereinnahmen haben, zuerst hart erarbeitet wird von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Land, aber eben auch von den Unternehmern, die sich hier jeden Tag auch mit ihrem persönlichen Risiko einsetzen, Arbeitsplätze schaffen, Steuereinnahmen generieren. Und wir als Regierung sind Partner dieser fleißigen Menschen im Land. Wir wollen, dass Sachsen wächst. Dazu brauchen wir auch Unternehmen, die erfolgreich am Markt sind. Ich erlebe Menschen, die sich interessieren, die auch klare Erwartungen an die Politik haben. Das freut mich, weil damit zeigen wir ja miteinander, wir nehmen uns ernst und wir wollen gemeinsam etwas für unser Land erreichen. Das freut mich, weil wir uns ernsthaft haben.